So, wenn ich mich jetzt drehe, er sagt, er ist genau über mir. Was ist denn genau über mir? Über mir ist doch nicht. Hä? Was machst du? Kommunikator bitte, ich brauch Hilfe! Ich brauch dringend Hilfe! So, Kommunikator, hilf mir! Und warum soll ich hierher? Was gibt's hier? Das weißt du selber nicht mehr, Kommunikator. Hä? Da oben soll was sein! Was ist denn da oben? Check ich nicht. Hier ist nichts. Also ich seh zumindest nichts. Seht ihr was? Wenn ja, schreibt's in den Kommentaren. Da oben ist soll eigentlich was meins. Aber was denn? Hm. Komisch, 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 komisch. Gut, dann gehen wir mal weiter hier im Text. Guck mal ein bisschen hier durch die Gegend. Bei uns fehlt eine Elgien-Box. Oh, hier versteckt sich ein Elgien. Ja. Ja, jetzt halt, zeig ich aber mal draufgedrückt, damit wir ungezeichnet haben, die wir hätten müssen. Also ein Elgien versteckt sich hier irgendwo und ein Überfall nicht. Aber warum soll es hier in den Überfall gehen? Hier ist doch nichts. Vielleicht an der Farm. Vielleicht echt an der Farm. Oder an der Tankstelle. Vielleicht ist das in der Nähe der Tankstelle. Die Tankstelle gehört noch dazu. Da haben wir eine Box. 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 Seit wann haben wir hier eine Box? Die stand doch vorher da nicht. Wir sind doch hier schon mal lang gelaufen. Oder haben wir das Elgien nicht geschnappt? Das ist das Elgien. Wirklich. Oder ist das Spielstinkel wieder mal wieder? I don't know. Oder wir waren echt zu langsam. Ist auch möglich. Ich sag, denkfest gemacht. Danke. Elgien ist geschnappt. 12 von 17. So und hier muss. Also eigentlich muss das hier an der Tankstelle mal. Also andere wäre mir unbegreiflich. Warum sollte man woanders irgendwas stehlen? An der Tankstelle ist doch am ehesten das möglich. Oder nicht? Das brauchen wir nur noch den Platz finden. Wo die da stehen hätte können. Sollen müssten. Würden können? Sollen müssten? Ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, wenn ich Gangster wäre, wo würde ich mal, wo würde ich dann? Ich bin da an der Seite. Hier irgendwo an der Seite. Da hätte ich einen freien Blick zur Tankstelle. Vielleicht ist das auch hier. Lustig finde ich es nicht. Vielleicht ist es echt da irgendwo oben. Ich sehe das nicht, weil ich die falsche Bekleidung habe. Obwohl, er ist unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Ja, vielleicht ist das echt hier irgendwo. Hier oben. Dass man von hier oben den Bezug beschatten kann. Ja, hier waren wir doch eben schon. Oh Gott. Machen wir das dann anders? Schatten hier irgendwie irgendwo. Als Bauernhof gibt es nichts zu holen eigentlich. Gut, fahren wir weiter. Na, wir haben jetzt erstmal die Burg gemacht. Einer fehlt noch. Und das ist irgendwo eine Beschattung. Irgendwo müssen wir jemanden beschatten und in irgendeiner Einsicht. Das ist ein Notfall. Deswegen jetzt einfach, dass wir jetzt einfach hier lang fahren. Vielleicht finden wir das doch auf dem Weg sogar. Das wäre genial. Äh, sonst haben wir alles. Moment mal. Moment mal. Ich kann mich an den... Ja. Genau. Suche erstmal im Bauernhof, gibt es nichts zu holen. Nein, absolut nicht. Kein Stück. Und was ist das hier? Ich habe nämlich erinnert können, dass hier irgendwie was geleuchtet hat. Aber hier können wir ja gar keinen Huhn einsetzen. Wofür denn? Ja, hier ist der Kommunikator. Die Sachen, die gefragt wird. War eine Sache, dass Jethro uns den Wasserturm als Wirrpool nutzen lässt. Ja. Der Stress perrt regelrecht von einem ab. Sag mal, kannst du es mal blubbern lassen? Klar. Reich mir mal die Bohnen rüber. Ja, blubbern lassen, ne? Liebes Tagebuch. Tag 34. Habe seit über einem Monat nicht geduscht. Und überlebe nur, indem ich mich seit zwei Wochen von Heu ernähre und aus dem Tierdruck trinke. Manchmal frage ich mich, ob es das Ganze wert ist. Aber dann denke ich an die Alternative. Und das macht mich stark. Was auch immer geschieht. Diese Runde Verstecken spielen verliere ich nicht. Ich glaube, aber nach 32 Tagen Verstecken ist, glaube ich, dann schon was anderes, ne? Das ist der Richtige. Hallo Philipp, wie war dein Tag heute? Ach, das Übliche. Zuerst, Moment. Die Frau des Farmers kommt. Was macht ihr zwei denn hier? Alberne Viecher. Die dürfen nicht mitkriegen, dass wir sprechen können. Ja, Tiere sprechen. Okay, Morty. Okay, Morty. Und uns ist sicher niemand gefolgt? Nein, die haben ihre Augen überall. Gute Antwort, Morty. Alles andere hätte dich zu einem von ihnen gemacht. Ich habe mal etwas rumspioniert. Und ich glaube, ihre Basis ist beim Sägewerk. Und wir machen da jetzt Kleinholz draus? Ja, dann geben die Aliens sicher auf. Die hellsten sind das nicht. Ich passe besser auf, dass die nichts anrichten. Wo richten die denn was an? Dort hinten. Ja, für eine Minute ist das... Wir können rückwärts fahren. Dann sind wir schneller da. Ja, fahr, mein Auto. Fahr. Fahr, fahr so wie du lange nicht fuhrst. Ich wollte früher das Auto mal. So, hier unten lang. Und dann hier rum. Und da vorne ist es schon. Ja, gegen einen Stein gefahren. So. Los geht's! Aliens suchen! Ach, das ist ein Sägewerk. Schöne Sache. So. Wenn die nochmal, dass die hier alle strecken bleiben. Da ist eins! Nichts wie drauf! Damit wären ein paar kuliniert. Ach. Will die doch hier anders bewegen. Eherlich. Jetzt gibt's ne Tracht Prügel. Hä? Ja. Oder nicht! Macht's gut! Halt! Polizei! Du willst mich auch gar nicht snappen, oder? Ja, ich hab dich jetzt aber... Ja, immer diese Spielfehler, ey! Boah! Boah, ey! Gangs verhaftet! Gangs verhaftet! 12 von 16. Damit haben wir alles hier in diesem schönen Forst... 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 Meadow! Ja, wir haben wirklich alles. Wow! Und? So, ab ins nächste Gebiet! Naja, aber... Wir haben ganz schön viel Schrott eigentlich mit, ne? Ja, schön viel Schrott! Ganz schön viel Schrott! Das fällt auch mal so gar nicht auf! Du dey, du dey! Das fällt aber auch gar nicht so auf! Hey, du dey! Hey, du dey da! Hey, du dey! Hey, lalalala, wir haben viel Schrott! Du dey, du dey, dey! So! Nächstes Gebiet! Hier fehlt uns ein Auto! Ein Auto! Und ich darf mal anhalten, danke! Ein Superbau! Uns fehlt hier ein Superbau! Okay! Das ist auch so schlecht! Ähm... Vielleicht hier! Vielleicht geht der hier, der Superbau! Da oben ist nämlich einer! Jawohl! Der fehlt hier sogar! Der Superbau hier oben fehlt! Hubschrauber Landeplatz! Den haben wir nämlich als allererstes gesehen! Als gesagt worden ist, ihr könnt jetzt, äh, äh, landen, wo ihr wollt! Wir haben jetzt 55 von 65 überbauten errichtet! Und wir haben... Guidebringer! Und Stein Nummer 327 und, äh, ja... Damit fehlt eigentlich hier, sagen und schreibe, nichts mehr! Wirklich! Es fehlt nichts mehr! Wir haben alles! Das Ding da oben hat gefehlt! Das gibt's nicht! Ach, du heilige! Ähm... Ja, Bankautomaten haben auch zerfetzt! Äh... Hier kommen wir nicht rein! Fahrer in! So, Onkel Duke! Kommt rein! Okay, die Station, die beiden Levels hier, haben wir auch alle beide erledigt! Äh, von daher sind wir hier auch durch! Haben wir hier auch 100% geschafft! Das ist schon mal toll! Das ist schon mal toll! Und gehen jetzt gleich ins nächste Gebiet! Ging aber flott! Oder fix! Fixe Schnitzel, flotte Schnitzel, ich hab keine Ahnung! So, ich brauche ein neues Auto! Wir haben auch ein neues Auto! Und zwar... Nehmen wir eins von den Bikes! Darauf bin ich jetzt gerade... Das finde ich toll! Das möchte ich mal nutzen! Und... Ruf da! Ruf da! Auf den Blick! Das ist die falsche Verteilung! So! Jetzt das Rockdorf! Komm! So! Hier haben wir... Einen goldenen Stein nicht! Einen goldenen Stein nicht! Warum? Was fehlt denn hier? Eine Flagge! Wir haben hier halt eine Flagge nicht gehisst! Warum nicht? Wo gehört denn hier bitte eine Flagge hin? Irgend so ein Mast oder was? Warum sollte bitte eine Flagge fehlen? Nein! Ist wirklich so! Da drüben fehlt sie! Eine Flagge! Oh je! Also ein Bezirk erobern! Ja! Das kann man auch jetzt mal so sehen, wie man es möchte! Ich finde es völlig überflüssig! Bezirke erobert! 11 von 20! Das war mal so völlig überflüssig! Aber was soll's? 328! 28! So! Ich möchte wieder absteigen! Danke! Ich möchte wieder Rex Fury sein! Und dann mit oben! So! Jetzt haben wir nämlich auf der Blackwell Bridge! Auch alles! Ich habe den roten Stein ja relativ früh gefunden! Das ist schon mal toll! Und dann geht's weiter! So! Hier ist nichts! Ich mag hier alles zerdeppern! Ich mag hier alles zerkloppen! Zerdeppern und zerkloppen! Das ist mein Job! So! Hier wollte ich nochmal hoch! So! Wo war denn hier nochmal hoch? Hier irgendwo war doch nochmal hoch! Hier zum Beispiel! Es ist zwar nur in einer Abführung ein super Stein! Er gehört aber trotzdem zu diesem Spiel hinzu! Ne? Und man sollte ihn ja respektieren! So! Wir gehen jetzt zuerst zu kurz hier! Irgendwo war dann auch noch so eine Station, wo ich lang... Wollte ich heute schon sagen! Ich bin jetzt lang offen! Wenn die habe ich jetzt reingesandelt! Ähm... Da war sie! Ähm... Hier hoch! Hier waren wir schon zweimal mindestens! Äh... Nein! Echt jetzt! Hier in der Nähe ist ein roter Stein! Sehr schön! Und dann an der Seite! Und dann müssen wir jetzt irgendwie überlegen, wenn wir zur anderen Seite kommen! So! Hier war der super Stein, den ich hier haben wollte! Da drinne! Zack! Mitgenommen! So! Ich habe es gesagt, ich werde ihn mitnehmen, jetzt habe ich ihn mitgenommen! So! So! Hier fehlt was! Da wollten wir auch noch mal... Ja genau! Hier wollten wir auch noch mal hoch! Und hier wollte ich auch noch mal rein! Den habe ich auch ein paar Mal vergessen! Gibt es da einen Leiter? Wie ein starker Leiter! Aber ich glaube, das ist eine nicht begehbare Leiter! So! Dann hier hoch! So! Gut! Ja! Ne, machen wir jetzt erstmal! Wir können das später mit den roten Stein machen! Der ist hier in der Nähe! Gut! Da will jemand was aufbrechen! Ein Job für... Chase McCann in dem Anzug! Okay! Das ist ein Notfall! Ja! Doch wenn wir im Abschlepper das besser können! Aber egal! Vielleicht schaffen wir es echt! Oh! Oh! Das wird sicher teuer! Oh! Das Spiel ruckelt wieder! Komm schon an! Zeigen dafür, dass es... dass es schon bald wieder vorbei ist! Und er bald schon wieder stehen bleiben möchte! Oh! Und natürlich ein schnelleres Auto, ne? Ich glaube, so ein Taxi bringt uns nicht viel weiter! Und alles Taxen! Oder passiert ihm einfach das, was uns passiert ist schon mal! Vielleicht passiert das echt eben auch! Ja! Wir jetzt zumindest! Das ist ein Notfall! Ja! Es wird nichts mehr! Das wird leider nichts mehr! Machen wir den nochmal! Können wir den nochmal! Können wir den jetzt mal hier abkürzen! Ja! Aber der ist schon so weit weg! Ja! 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 Shit! Wollt ihr so richtig schön abkürzen! Vielleicht... Vielleicht können wir das sogar noch! Ich glaube, ich weiß, wo er langfahren wird! Wir kürzen soweit ab! Ja, komm! Ja! Wow! Dieser Knall, das war... Das ist alles... Alles hier... Alles in Ordnung! Boah! Scheppert und Knall, das ist so zwischendurch! Ich liegt ein bisschen nahe an, dass jetzt gerade diese Aufnahme von Silvester kommt! Wollte ich ihn nur noch mal sagen! Ich nehme ihn bei! Wenn es immer so ein Knall, Scheppert, Deppert, nichts, das, jenes... Kommt von Silvester! Wir haben ihn zumindest sehr aufgeholt! Vielleicht können wir ihn echt noch richtig aufholen! Ich glaube, er ist weniger dran! Insbesondere, weil er ganz schön weit weg ist schon! Jetzt ist er jetzt am Ende der Brücke! Das schlägt sich auf die Brücke! Oh, Mann! Der war... Das ist doch... Ich hätte er noch geschaut, ja! Weil er jetzt so schön in Fahrt ist! Ach, komm schon! Der ist ja jetzt so schön in Fahrt! Da vorne ist er nämlich! Ja, jetzt ist er am Ziel angekommen! Ja! Eine Verfolgungsjagd à l'excellence! Aber leider für uns nicht! Leider für uns nicht! Also wir haben noch in diesem... Ja! Wir haben noch einiges in diesem Session vor! Mal gucken noch was!